Jetzt gibt es einen kleinen Vergleich zwischen den Thunder Kings von Jorke und den Flashbangs. Wir zünden als erstes das Thunder King, dann als direkter Vergleich ein Flashbang und danach halt das gleiche nochmal. Das ist vielleicht nochmal etwas lauter, aber viel tun die sich jetzt nicht. Jetzt gibt es einen kleinen Vergleich zwischen den Flashbangs und den Flashbangs und den Flashbangs und den Flashbangs.